Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Fully Modded Parkbauprojekt in Jurassic World Evolution. Beim letzten Mal haben wir ein begehbares Gehege gebaut, nämlich dieses hier. Und ich muss sagen, das Video ist sehr gut bei euch angekommen und auch die Idee hier von dem Gehege. Also es hat euch sehr gut gefallen. Vielen, vielen Dank schon mal für das ganze positive Feedback. Ja, wir haben beim letzten Mal auch sogar zwölf neue Bewohner bekommen. Das ist einiges. Nämlich Psittacosaurus. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen und noch richtig in Erinnerung. Es sind auf jeden Fall sehr, sehr süße, niedliche Dinosaurier. Und ihr habt auch ganz tolle Namensvorschläge für diese in die Kommentare geschrieben. Ich blende jetzt einmal alle Namensvorschläge ein, die heute oder in dieser Folge verewigt wurden in meinem Jurassic Park Bauprojekt. Vielen, vielen Dank für die ganzen Vorschläge. Falls ihr jetzt nicht rangekommen sein solltet, seid bitte nicht traurig. Ihr habt noch sehr, sehr häufig die Chance, weil es werden noch einige weitere Dinosaurier hier folgen in meinem Park. Aber als allererstes müssen wir uns jetzt mal um ein kleines Problem hier mit diesem Gehege kümmern. Weil, wenn ihr mal hier schaut, können wir mal hier den Sunny anklicken. Der hat ganz viel Duast und das ist bei allen der Fall. Und daraus können wir schließen, dass die ihre Wasserquelle nicht richtig erreichen können. Also das Wasser ist immer im roten Bereich, das heißt eigentlich, dass hier dieser Felsen das Ganze so ein bisschen blockiert. Der sieht zwar cool aus hier, also das haben wir eigentlich schon ganz cool gestaltet, aber die Dinos scheint das so ein bisschen zu stören. Also entweder machen wir hier noch weiteres Wasser hin oder wir müssen den Felsen entfernen und irgendwie anders das Ganze gestalten. Ich glaube, weiteres Wasser hier hin zu platzieren, das wird nichts. Ich mache es erst mal weg, dann sollen die sich erst mal jetzt in Ruhe satt trinken, weil die werden jetzt eh erst mal alle hier hinsprinten und ordentlich Durst haben. Hä, der trinkt jetzt hier hinten? Nee. Oh, nicht. Okay. Also war es, glaube ich, schon ganz gut. Ah, ihr seht schon, die ganze Warde kommt jetzt hier schon angelaufen. Das ist ja süß, das schauen wir uns mal ganz kurz an. Ähm, ja, die sollen sich erst mal satt trinken. Oder sagt man satt trinken? Ich weiß es nicht. Äh, ist ja auch egal. Also die sollen erst mal trinken, weil jetzt können wir erst mal hier eh nichts Neues hinbauen, wenn die alle im Weg rumstehen. Und dann müssen wir gleich mal gucken, ob ich da einen anderen Felsen oder so hin platziere. Ähm, da bin ich mir noch gar nicht sicher. Aber, ja. Als nächstes möchte ich mich auf jeden Fall noch den freien Flächen hier widmen, in diesem Bereich. Ähm, hier haben wir noch einiges an Platz. Und da werden auf jeden Fall noch so ein paar Besucheranlagen hinkommen. Wahrscheinlich noch ein weiteres Gehege. Und, und, und. Also es... Ich habe eigentlich mehr im Kopf, als ich hier überhaupt hinbekommen werde. Das weiß ich jetzt schon. Weil der Platz hier ist sehr schwierig zu bebauen. Warum das so ist, das werde ich euch gleich mal erklären. Schauen wir hier nochmal kurz rein. Das sieht schon echt cool aus. Also mit dem Gehege bin ich mega zufrieden. Das ist ja auch sehr gut bei euch angekommen. Äh, ja. Wir haben natürlich hier unten dann noch später eine große Fläche. Also einmal hier. Die ist tatsächlich ziemlich einfach zu bebauen. Das liegt einfach daran, weil die sehr eben ist. Also hier kann man alles wirklich glätten, gerade machen. Dann kann man da super Gebäude platzieren. Und, äh, das hat man zum Beispiel hier nicht. Hier hat man das Problem, dass das Ganze... Ich hoffe, ich kann es euch vernünftig zeigen. Von hier oben immer so ein bisschen schräg nach unten geht. Bis hier unten. Das heißt, man wird immer Probleme kriegen, wenn man hier Gebäude platziert. Weil Gebäude müssen natürlich immer auf einer geraden Fläche sein, weil sonst die ganze Geschichte ja uneben wird. Das habe ich hier übrigens auch nicht beachtet. Also hier ist es auch so ein bisschen steil nach unten. Ich meine, es geht hier gerade noch so. Ah, müssen wir mal schauen, ob wir das noch irgendwie ein bisschen schöner hier machen. Warum ist denn hier eigentlich keine Stütze? Zaun ist hier voll komisch. Hm. Ja, muss ich mal schauen. Vielleicht fixe ich das hier mit dem Tor noch so ein bisschen. Äh, müssen wir sowieso später noch umbauen. Aber ich denke mal, ihr wisst, was ich meine. Also diese Fläche ist auf jeden Fall am schwersten, weil die halt sehr uneben ist und schräg ist. Und ich kann das hier auch nicht alles auf eine Ebene machen, weil das dann mit dem ganzen, äh, Randbereich und so ein bisschen doof aussehen würde mit den Felsen. Ich habe ja gesagt, wir fangen jetzt mit den Gästeanlagen an. Und das allererste, was ich, glaube ich, hier bauen möchte, ist eine Toilette. Ich glaube, so eine Toilette hier zwischen würde einfach super passen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Äh, das mit den Türmen gefällt mir auf jeden Fall schon ganz gut. Das Tor müssen wir, wie gesagt, nochmal vielleicht ein wenig überarbeiten. Aber das ist ja auch keine große Angelegenheit. Aber erstmal kommt jetzt hier ein Klo hin. Ein Klo kann man immer gut gebrauchen. In jedem Park. Versuchen wir ungefähr mittig zu machen. Und vom Winkel dann her möglichst gerade zum Zaun. Das ist dann auch immer so ein bisschen Nachgefühl. Also ganz perfekt muss es dann später auch nicht sein. Einfach so ein bisschen nach Augenmaß machen. Das ist dann schon völlig in Ordnung. Ähm, wir werden jetzt hier auf jeden Fall diesen normalen Weg nehmen. Der wird sich dann auch ein bisschen abheben. Weil diese Gebäude, die haben später auch den normalen Weg als Untergrund sozusagen. Ich mach mal so, wenn das geht. Ach, so geht auch. Und ungefähr so. Das ist doch super. Und dann können wir hoffentlich später hier... Oh, das könnte... Wartet mal. Wir müssen, glaube ich, so machen. Das hier nochmal weg. Machen wir mal so. Weil sonst können wir später, glaube ich, den Weg da nicht ziehen. Und jetzt können wir die Toilette dort nochmal ran platzieren. Das ist immer ein bisschen besser. Aber ihr seht jetzt schon den Untergrund. Der ist halt genauso. Und ich finde es eigentlich auch ganz schön, wenn wir mit zwei verschiedenen Holzfarben so ein bisschen arbeiten. Das finde ich eigentlich ganz cool. Hier könnten wir dann entweder so abgerundet oder so schräg... Ich denke mal, ich mach es so. Und das Ganze genauso machen auf der Seite. Ungefähr, dass es gleichmäßig ist. Gut aussieht. So. Und da kann man dann zur Toilette gehen. Ich bin mal gespannt, wenn das Gebäude gleich fertig ist. Ob ich es nicht sogar hätte vielleicht noch ein bisschen weiter vorplatzieren können. Das kann ich mir eigentlich vorstellen. Ansonsten können wir hier auch schon mal so ein bisschen dekorieren. Ein paar Lämpchen hin. Wunderbar. Wir wollen auch nicht übertreiben. Ich könnte jetzt hier vorne auch noch eine hinpacken. Aber das geht eigentlich. Wir schauen uns erstmal das Ergebnis an. Das sieht doch eigentlich ganz gut aus. Also bin ich zufrieden mit. Das können wir so lassen. Ja, es fehlt natürlich noch eine Lampe. Die muss dann hier noch hin. Dann müssen wir mal gucken, was wir hier noch auf die freien Flächen machen. Ist es dann ungefähr gleichmäßig? Hier ist so eine kleine Kante drin. Aber das kann man auch nicht verhindern. Das passiert halt. Finde ich jetzt auch nicht schlimm. Ich werde mal gucken, dass ich hier vielleicht noch den ein oder anderen Baum hinkriege. Ich weiß gar nicht, wie das aussieht. Oh, das ist gut. Zwei Bäume sogar. Ich weiß nicht, ob mir zwei nicht sogar schon zu viel sind. Aber ich lasse sie erstmal stehen. Kriegen wir auch noch einen Baum hin? Oh, hier geht kein Baum hin. Wie frech. Okay, aber wir können uns natürlich noch aushelfen. Nämlich mit diesen normalen Bäumen, die man so platzieren kann. Da haben wir noch diesen hier zum Beispiel. Und dann können wir einfach hier nochmal so ein paar Baumstämme nehmen. Sollten wir eigentlich auch da hinkriegen. Wenn es denn passt. Da ein hin. Und hier ein hin. Und als nächstes möchte ich hier später auch eine Einschienbahn wahrscheinlich noch hin platzieren. Finde ich mir nicht sehr praktisch. Wo haben wir die denn überhaupt? Ne, die ist hier, ne? Ja. Ich platziere erstmal das Gebäude hier hin, damit ich das nicht vergesse. Hier wird das später auch ungefähr wahrscheinlich dann stehen. Ich glaube, das kommt ganz gut hin. Dann können wir hier nämlich um die Kurve so bauen. Und hier hinten auch noch hoch bauen. Aber ich glaube, das ist relativ... Oder ist eine relativ elegante Lösung. Weil dann müssen wir hier nicht überall an diesen Engpässen, also an diesen Bereichen, überall mit Wegen arbeiten. Dann können wir auch teilweise das Ganze mit Schienen verbinden. Sieht dann wahrscheinlich ein bisschen schöner aus, weil wir dann hier einfach Wald und so hin machen können. Und Natur und das so ein bisschen gestalten. Vielleicht auch Wasser. Ich weiß es noch nicht. Ist aber, glaube ich, ganz cool. Wenn wir dann zum Beispiel die Schienen entweder dann hier lang führen. Nach da unten. Oder nach da unten. Deswegen lasse ich die jetzt erstmal einfach hier stehen. Das mache ich, glaube ich, nochmal weg, weil das vielleicht sonst im Weg später ist. Ja. Aber ist, glaube ich, ganz cool. Hier vorne werde ich, glaube ich, sowas wie einen Abschluss machen. So vielleicht. Ich glaube, eher so ein bisschen eckig. Aber ich denke mal, das ist ganz schön. Weil hier will ich gar nicht, dass das unbedingt weitergeht. Jetzt passt es. Und jetzt haben wir hier auch eine gute Fläche. Weil an dieser Fläche oder an diesem Weg werden wir gleich noch weitere Geschäfte auf jeden Fall anbringen. Dafür muss ich, glaube ich, erstmal jetzt hier ordentlich glätten. Ich hoffe, ich mache mir jetzt hier nichts kaputt. Habe jetzt auch noch nicht gespeichert. Wenn ihr solche Arbeiten macht, ich empfehle euch immer auf jeden Fall zu speichern. Weil man kann sich wirklich schnell was zerschießen hier, weil es halt keine rückgängige Funktionen gibt. Was ich wirklich schade finde. Weil so eine rückgängige Funktion in einem Aufbauspiel ist halt eigentlich essentiell. Finde ich echt schade, dass die das nie eingefügt haben. Aber gut, damit müssen wir klarkommen. Damit müssen wir leben. Kann man nicht ändern. Sondern ich will jetzt eigentlich später hier den Weg noch so abbauen. Ich weiß aber noch gar nicht, wie ich das genau mache. Wahrscheinlich. Ich glaube, ich mache hier den Weg. Nicht mit diesem, sondern mit diesem. Das ist dann ja sozusagen die Hauptwegfarbe. Die wird dann später so abgehen. Ich glaube, an der Stelle gefällt mir ganz gut. Weil das ein bisschen eng wird. Mit das andere Geschäft dann. Wir müssen es so ungefähr machen. Wenn das gleich nicht passen sollte, dann macht das gar nichts. Das Gute ist auf diesen dicken oder großen, nicht dicken, breiten Wegen. So, breit ist das Wort, was ich gesucht habe. Das ist immer ganz cool, weil da hat man diese Fahnen und diese Mülleimer noch. Finde ich auch ein schönes Deko-Element. Sehr schade, dass man sowas nicht per Hand platzieren kann. Das würde man sich auf jeden Fall wünschen. Und jetzt machen wir mal hier noch so ein bisschen mit diesem anderen Holz. So eine kleine Zierleiste quasi. Ob wir das so hinkriegen, wie ich es mir vorstelle. Wäre mega. Möglichst nah ran, dass wir eine ganz kleine Leiste noch haben. Ah, jetzt haben wir uns hier den Weg kaputt gemacht. Das gibt es ja nicht. Das ist ja doof. Okay, wir dürfen ja nicht bis zum Rand gehen, sehe ich gerade. Das mit den Wegen ist auch immer echt ein bisschen sehr random. Das ist mir schon öfter aufgefallen. Dass teilweise einfach Sachen kaputt gehen. Aber so geht es auch. Und jetzt möglichst nah ran, dass das so schmal wie möglich ist. Perfekt. Genau so habe ich mir das vorgestellt. Super. Okay, das passt. Und hier machen wir das natürlich genauso. Ungefähr bis hier vorne. Machen wir uns mal so eine Hilfslinie ab. Und dann hier auch so nah, wie es geht. Und in der gleichen Schwingung möglichst. So. Genau. Oh, sehr gut. Genauso habe ich es mir vorgestellt. Okay, das sieht schon super aus. Ist jetzt hier nicht ganz gerade, aber das macht rein gar nichts. Weil wir werden hier jetzt Geschäfte platzieren. Und zwar habe ich mir vorgestellt, was auf jeden Fall gut passt, ist das Restaurant. Restaurant ist super schön. Eines der schönsten Gebäude von Jurassic World Evolution, meiner Meinung nach. Also das ist wirklich eins der schönsten Gebäude. Und das hat den Eingang hier auf dieser Seite. Das heißt, ich werde versuchen... Aber jetzt ist die Frage. Mache ich hier von ganz oben... Ja, ich glaube, ich mache von hier einmal so eine ganze... Einen ganzen Weg runter. Dann können wir eigentlich so... Runden. Ich glaube, das könnte ganz cool aussehen später. Sehen wir gleich, wenn das Gebäude fertig ist. Und passend dazu könnten wir entweder eine Bar machen. Oh, nee. Die passt nicht. Weil hier ist der Eingang auf... Oh, sorry. Hier ist der Eingang auf der rechten Seite. Das seht ihr ja. Ich hätte gerne was, wo der Eingang auf der linken Seite eher ist. Hiermit. Oh, ja. Das ist gut. Ich glaube, das könnte optisch auch sehr gut passen. Ich mache jetzt am gleichen Abstand. Ja, so ungefähr. Und dann können wir hier das gleiche Spiel nochmal machen mit dem Weg. Nämlich. Genau. Hier vorne. Gutes Wege können wir auch gleich so ein bisschen dann abglätten, dass die ein bisschen abfallend sind und so. Das geht halt bei Gebäuden nicht. Wir hätten das da gemacht. Ein bisschen abgerundet, ne? Ich weiß nicht, ob ich eckig schöner gefunden hätte. Eigentlich macht eckig mehr Sinn, ne? Das hätte ich vielleicht hier auch machen sollen. Weil wir haben die ganze Zeit eckig gearbeitet. Macht irgendwie nicht viel Sinn, dass ich auf einmal anfange abzurunden. Der rundet automatisch ab. Das ist relativ eckig. Okay. Schauen wir doch mal. So, jetzt haben wir hier ein Laden. Da kann man dann wunderbar reingehen. Da sind Kanten drin. Ne, nicht wirklich. Das geht noch. So, und hier haben wir auch einen Laden. Auch sehr schön geregelt. Sieht auch ganz gut aus. Wenn wir das dann gleich noch ein bisschen weiter dekorieren und so, kann das, glaube ich, ziemlich, ziemlich cool werden. Ich habe mir auch vorgestellt, dass wir später dann hier so einen kleinen Tunnel mit der Strecke oder sowas versuchen, hinzubekommen. So, für den Tunnel mache ich jetzt als erstes mal hier vorne ein Schienenstück. Ich glaube, ich hätte den Tunnel gerne hier. Das wird, glaube ich, jetzt gar nicht mehr so einfach. Ihr seht das schon. Er muss jetzt halt gleichmäßig sein, dann von den Stützen. Habe ich noch nie so gemacht, dass ich beim Einschienenbahnbau darauf geachtet habe, dass jede Stütze genauso steht, wie ich sie gerne hätte. Aber das ist auch nochmal so ein Detail, was man natürlich machen kann. So bin ich, glaube ich, zufrieden. Das ist cool. Dann geht man da so unten durch. Das finde ich ganz schön. Müssen wir ja gleich nur schauen, dass es dann vom Streckenverlauf auch so wird, dass es mir gefällt. Oh, zu eng. Da fängt es schon an. Wir platzieren, glaube ich, auch gleich das ganze Ding da nochmal ein bisschen um. Ich glaube, ich werde hier das ganze Gebäude nochmal ein bisschen umplatzieren. Später dann. Es geht auf jeden Fall dann in diese Richtung. Und dann müssen wir mal schauen, wo es hin weitergeht. Entweder nach da. Ah, dann müssen wir ja durchbauen durchs Gehege, ne? Ich glaube, wir gehen eher hier Richtung da runter. Ich glaube, das gefällt mir ein bisschen besser. Ungefähr so. Und dann geht es nach da runter und dann hier nochmal runter mit drei Stationen. Den Eingangsbereich habe ich mir auch noch nicht überlegt, wo der hin soll. Entweder kommt der hier oben hin. Ah, ich weiß es noch nicht. Da kommen wir dann später zu. Aber ich glaube, das wird schon ziemlich cool werden. Ich glaube, ich mache auch hier den Weg noch ein klein wenig weiter. Achso, für euch natürlich, falls ihr hier Mods seht, die euch gefallen, die sind alle unten in der Videobeschreibung verlinkt. Alle Mods, die ich hier benutze, sind auf jeden Fall verlinkt. Falls ihr die ausprobieren wollt, könnt ihr das gerne tun. Falls ihr nicht wisst, wie man sowas installiert, auf meinem Kanal gibt es mittlerweile auch ein Video dazu. Da erkläre ich euch das auch. Ich mache das mal eben ungefähr. Ich bin mir hier gerade noch nicht ganz sicher. Ich werde hier versuchen, noch ein Gehege hinzubekommen. Weil, ja, hier ist halt das Problem mit der Schräge. Und auf Schrägen kann man keine Gebäude bauen. Deswegen werde ich hier versuchen, definitiv ein Gehege hinzumachen. Hier werden wir noch gleich ganz viel begrünen. Hier hinten werden wir noch begrünen. Ah, das geht aber schon, glaube ich, in eine sehr gute Richtung. Da muss ich dann noch alles überglätten. Und eigentlich will ich da nur noch einen Weg hinmachen. Weil viel mehr werden wir hier nicht hinbekommen. Einfach aufgrund der Schräge. Können wir auch kein Gebäude mehr oder sowas hinmachen. Das können wir auf jeden Fall vergessen. Sonst würde ich mir alles kaputt machen, glaube ich. Wenn ich jetzt hier noch versuche, hier ein Gebäude hinzuklatschen. Uh, das wäre nicht gut. Das wäre gar nicht gut. Ich habe eigentlich keine Lust, das Tor zu verschieben. Aber ich glaube, mir bleibt gar nicht viel anderes übrig, als das noch so ein bisschen nach rechts zu verschieben. Glätte jetzt hier erstmal und gucke mal, ob ich das da so ein Stückchen noch rüber bekomme. Okay, das Tor ist jetzt soweit ein bisschen rüber. Was mir vorhin aufgefallen ist, dadurch, dass das hier ja mit dieser Mixed Errors Mod ist, also dass wir Jurassic Park Sachen und Jurassic World Sachen benutzen, dadurch fehlt hier so eine kleine Säule. Das ist eine Kleinigkeit, die mir aufgefallen ist, so ein bisschen negativ. Aber ich habe jetzt keine Lust, die nochmal zu ändern. So schlimm finde ich sie nicht. Also hier ist nur eine Säule, die fehlt auf beiden Seiten. Wir hätten hier halt die blauen Tore benutzen müssen, dann hätten wir das Ganze nicht gehabt. Aber nur damit ihr Bescheid wisst, wenn ihr mal sowas baut. Auch bei den Toren tritt sowas auf. Das wusste ich jetzt auch nicht, finde ich aber jetzt wirklich nicht störend, weil von hier oben oder so fällt das halt gar nicht auf. Ich werde denkmal so einen Asphaltweg nehmen und von hier wegführen, so nah wie es geht. Man kann die ja leider nicht durch Tore bauen, was ich auch sehr schade finde. Ich würde mich echt über so eine Mod freuen, die diese ganzen Begrenzungen aufhebt. Das wäre mega cool, dass man wirklich alles ineinander platzieren kann und und und. Das wäre eine mega coole Mod, aber ich weiß nicht, ob das realisierbar ist. Aber ich versuche jetzt natürlich so nah wie es geht, hier ranzugehen und ungefähr den Weg in der gleichen Breite hinzubekommen, wie das Tor ist. Jetzt bauen wir den Weg hier mal ab. Am besten so ein bisschen Geschwung. Weil Geschwung ist immer schön. Schaut mal super aus. Ich will versuchen, nicht zu nah an den Rand zu kommen hier rechts, aber ich will auch versuchen, nicht zu weit weg davon zu sein, weil ich hier zwischengleich noch ordentlich Wald platzieren möchte. Und ich weiß genau, wenn ich den Weg jetzt nicht vernünftig weit weg baue, dann kriege ich da keinen Wald hin, weil das Waldtool auch immer sehr zickig ist. Oder das Baumtool. Das braucht immer sehr viel Abstand leider zu Zäunen und zu Wegen und so weiter. Finde ich auch sehr, sehr nervig. Alles echt schade. Oh, hier habe ich irgendwie ein Zwischenstück zu wenig gesetzt. Wenn ihr so einen Doppelweg baut, immer die Zwischenstücke nicht vergessen. Sonst kriegt ihr nämlich nicht die gleiche Rundung hin. So, wie ihr das gerne wollt. Und dann hier runter auf den Hauptweg. Ganz mit Asphalt. Also alle Mitarbeiterwege werden wir jetzt in diesem Asphalt grau machen. Was ganz cool ist. Dadurch haben wir halt einen richtig schönen Kontrast. Oh, hier ist wieder so eine Ecke im Weg. Das sind ja so Sachen, die stören mich ein bisschen. Aber die kann man leider bei Jurassic World Evolution nicht verhindern. Aber macht gar nichts. Ich hoffe jetzt mal, dass wir hier ein bisschen Wald zumindest hinkriegen. Das wäre super. Jetzt möchte ich das nächste Gehege schon mal so ein bisschen planen und abstecken. Ich glaube, ich mache mir das relativ einfach mit dem Gehege. Das wird ein Pflanzenfressergehege, aber für ein bisschen größere Pflanzenfresser als halt hier die ganz kleinen Streichel zur Pflanzenfresser. Das heißt, ich nehme wahrscheinlich diesen Zaun von der Größe ohne Strom. Und mache den einfach hier bis zum Rand. Und dann haben wir den Bereich schon abgesteckt. Das ist, glaube ich, ziemlich elegant. Nun müssen wir nur gucken, wie wir das Ganze hier hinten regeln. Ich denke mal, ich könnte es eventuell so machen. Ich bin mir aber noch nicht sicher, wie ich das vom Verlauf her mache. Ich glaube, mache ich das hier ganz hinten hin. Der Baum hier muss auf jeden Fall nochmal weg. Der ist mir im Weg für die Planung. So. Ich denke mal, ich mache das hier so hinter dann. Und dann hier vorne. Gehen wir noch näher ran. Ah, nee, viel näher geht nicht. Aber so ist, glaube ich, schon ganz okay. Das ist ganz cool. Und dann könnten wir hier vorne, glaube ich, um die Kurve oder so gehen. Dann hier auch mit dem Weg um die Kurve. Vielleicht könnte man hier auch nochmal so was, so eine Art, so ein bisschen begehbar das Ganze gestalten. Das wäre eigentlich ganz cool. Meint ihr, wir kriegen hier noch einen Baum oder irgendwie Deko oder so hin? Das wäre eigentlich auch ziemlich nice. Wenn ich hier so... Oh, das könnte eigentlich klappen sogar. Jetzt seht ihr übrigens auch, warum ich hier auf jeden Fall Gehege inbaue. Weil bei Gehegen kann man halt auch das Ganze schräg bauen. Wir müssen hier halt wieder so ein bisschen runter bauen. Ich glaube, ich mache das wirklich von hier. Und dann machen wir das auch so ein bisschen, in Anführungszeichen, begehbar, das Gehege. Ich weiß nicht, ob ich das wieder mit Lampen machen sollte. Ich glaube eher nicht. Ich glaube, mit Lampen wäre ein bisschen zu... Wie machen wir das denn jetzt so genau? Mit Lampen wäre, glaube ich, ein bisschen zu unrealistisch. Wäre, glaube ich... Bei den Dinos, die ich vorhabe, da rein zu platzieren, wäre das, glaube ich, ein bisschen zu gefährlich für die Gäste. Ansonsten würde ich das natürlich wieder gerne machen mit Lampen, weil ich das eigentlich ganz cool finde, dass das funktioniert. So, okay. Was ist denn, wenn wir jetzt bis hier vorne gehen, genau? Bis hier, so. Und jetzt machen wir das Stück einfach mit so einem kleineren Sound vielleicht. Dem hier. Könnte, glaube ich, ganz cool werden. Sieh jetzt zumindest so ein bisschen so aus, als wenn die Gäste ein wenig näher an den Dinos dran sind. Das ist zumindest so das Ziel dahinter oder der Gedanke dahinter. Vielleicht erreichen wir ja diesen Effekt. Das wäre auf jeden Fall toll. Ich hoffe auch, dass die Gäste hier später überall hingehen, was ich hier mir mühevoll aufbaue. Und nicht, dass denen das dann später ein bisschen egal ist. Aber ihr seht schon. Also hier mache ich das gleich nochmal ein bisschen schöner. Das lasse ich jetzt aber erstmal so fürs Video. Müsst ihr jetzt ja nicht die ganze Zeit bei zuschauen. Und dann soll das Ganze hier einfach um die Kurve gehen. Dann hier andocken. So ungefähr. Mache ich nur gleich noch ein bisschen schöner. Und dann hat man vielleicht so ein bisschen das Gefühl... Ja doch, so ein bisschen. Wenn wir das gleich noch überglätten und so. Dass man hier so reingeht ins Gehege. Schon irgendwie cool, oder? Ich finde das cool. Und nach da unten kommt man dann über die Bahn. Wunderbar. Jetzt haben wir es nochmal einigermaßen gleichmäßig hier. Und ja, überglätten mache ich gleich natürlich ganz zum Schluss. Ich würde gerne noch versuchen, das Gewässer hier so... Ja, noch rüberzubauen so ein bisschen. Dass das ein bisschen interessanter wird. Ähm. Dann gucken wir, ob wir das hinbekommen. Oh ja. Oh ja. Oh, hier können wir uns ja richtig austoben. Das ist ja cool. Okay. Müssen wir natürlich nur schauen, dass wir nachher dann die Übergänge hier gut hinbekommen. Aber ihr wisst ja, erstmal zu viel Wasser zeichnen. Wegmachen kann man es dann immer noch. Ich würde nämlich auch ganz gerne eigentlich... Ah, nicht nach unten. Nicht vielleicht nach oben. Hier so in der Rundung von diesem Gehege nochmal so einen kleinen minimalen Berg, eine minimale Erhöhung bauen. Das ist, glaube ich, ganz cool. Ich mache die nochmal so ein bisschen runter, beziehungsweise Wasser hin. Aber die kann ruhig so ein bisschen unebene sein. So ist cool. Das sieht sehr gut aus. Hier kommt nämlich wieder, glaube ich, so eine coole Spitze rauf, wie wir ja schon mal gemacht hatten in unserem anderen Gehege. Nämlich so eine. Irgendwie rum. Ich drehe mal einmal komplett. Ich glaube, so gefällt mir ganz gut. Ja, das sieht super aus. Da pinseln wir gleich nochmal über mit einmal Fels so ein bisschen. Und natürlich gleich auch noch mit diesem ganzen Granit und so. Ja, nicht Granit. Gucke ich denn jetzt darauf. Äh, Schiefer meine ich natürlich. Sieht schon so ein bisschen aus wie Granitgesteine. Deswegen kann man da, glaube ich, schon ganz gut drauf kommen. Aber das ist, glaube ich, schon ganz cool so. Wir belassen es natürlich nicht bei einem so einem Hügel. Ich hätte gerne hier vorne auch noch einen weiteren Hügel. Vielleicht ein bisschen kleiner. Nicht zu weit hinten. Nicht zu weit vorne. So ungefähr. Und da könnten wir entweder auch nochmal so einen großen Stein drauf machen. Ich habe den Stein übrigens auch nochmal so ein bisschen gedreht. Ich glaube, ich mache hier wirklich so einen großen drauf. Ich hätte auch den anderen noch nehmen können, aber... Ja, aber das ist ganz cool. Ich hätte auch hier so einen Stein nehmen können. So einen schrägen. Aber nee, das passt eigentlich. Und dann sieht das hier auch schon wieder alles ein bisschen trockener aus, wenn wir das hier mit diesen Felsen wieder machen. Wenn wir gleich hier alles überpinseln und mit Büschen und so noch machen, dann sieht das sowieso alles noch wieder ein bisschen schöner aus. Jetzt ja erstmal nur der grobe Verlauf. Gleich werden noch die Ränder und so alles ein bisschen ausgeschmückt. Und begrünt. Und dann wird das schon ziemlich nice werden. Ich glaube, jetzt von den Höhen her brauchen wir nicht mehr so viel ändern. Wir können hier, glaube ich, nochmal so ein bisschen überglätten. Und wenn wir das dann gleich fertig haben, dann werde ich den finalen Schliff für das Wasser vornehmen. Dann werde ich da auch nicht mehr beigehen. Hm, ich weiß nicht, ob wir ein Tor brauchen. Wäre natürlich trotzdem ganz cool. Vielleicht können wir es auch noch hier hinten unterbringen. Ich schaue mal, wie das aussieht mit einem Tor. Bin mir da noch ein bisschen unsicher. Das würde auf jeden Fall klargehen, ne? Wenn ich hier noch so ein Tor hinzauber, müssen wir halt nur dann später noch so einen Weg lassen. Ach, das ist in Ordnung. Das lassen wir hier. Das ist super. Äh, ja, jetzt schauen wir mal, dass wir hier noch den Futterspender vernünftig unterbekommen. Den mache ich auf jeden Fall hier in Sichtreich weiter. Die Besucher hier gut. Die Dinosaurier auch zu Gesicht bekommen. Ja, hier gefällt der mir eindeutig besser. Leg den mal so hin. Kommt auch eine wunderschöne Palme gleich dazu. Ja, why not, ne? Warum nicht? Die nehme ich wohl. Glätten wir hier noch mal ein bisschen über. Okay, und jetzt seht ihr schon, jetzt konnten wir damit so ein bisschen beeinflussen, dass die Säule da verschwindet. Die Säule mache ich gleich auch noch weg. Weil sonst sieht das Gehege so voll mit Säulen aus. Das möchte ich natürlich auch nicht. So, und jetzt hoffen wir mal, dass die Bäume hier einigermaßen gut aussehen. In dem Gehege. Den mittleren hier wegkriege, das wäre cool. So, was die Bepflanzung angeht, habe ich mich jetzt hier noch mal so ein bisschen anders ausgetobt. Habe relativ viele Palmen jetzt hier reingemacht, was ich eigentlich auch ganz cool finde. Die kann man ja auch alle einzeln platzieren. Wir haben hier vorne auch ganz viele kleine Palmen bekommen. Das finde ich sehr cool. Und jetzt sind auch unsere Felsen so weit nicht mehr verdeckt. Wir müssen die natürlich hier gleich noch ein bisschen besser anpinseln. Und so weiter. Aber erstmal will ich jetzt gucken, dass wir die richtige Anzahl an Säulen hier haben. Das heißt, wir machen hier jetzt einmal... Weiß nicht, ob ich diesen großen Stamm hier hinmachen sollte. Diesen großen ausgetrockneten. Ich weiß nicht, ob der aussieht. Wir könnten halt auch den kleinen nehmen. Gucken, wie der kleiner aussieht. Wäre ich ganz cool, wenn der so... Warum nicht? Ins Wasser reinragt. Ja, das finde ich sehr interessant. Das ist super. Und dann gefällt mir das von der Begrünung eigentlich schon. Dann haben wir einen Futterspender. Jetzt müssen wir nur noch hier so ein bisschen mit den Bodentools arbeiten. Und dann, dass wir hier vernünftig die Übergänge und so machen. Ups, jetzt habe ich mich verklickt. Soll auch mal vorkommen. Dass wir hier so ein bisschen alles mit Übergängen und vernünftig noch bearbeiten. Ich weiß auch gar nicht, ob ich hier so viel Schiefer mache. Aber so ein bisschen... Huren von Schiefer können hier ruhig drin sein. Dass es noch so ein bisschen ausgetrocknet aussieht. Finde ich eigentlich ganz cool. Gerade auch hier beim Wasser. Der Grund. Der ein bisschen dunkler ist. Oh, den Stein da hinten darf ich gleich nicht vergessen. Das ist auch wichtig. So. Hier vielleicht nochmal ein bisschen Gras. Übergang mit Felsen will ich natürlich beibehalten. Definitiv. Das kann hier auch echt ein bisschen grüner alles zugehen. Aber es wird ja gleich sowieso noch grüner. Ihr seht schon, hier ist ja auch alles schon ein bisschen grüner geworden. Ich mache hier auch noch so ein bisschen... Ganze... Nicht ganz so grasig. Weil da halt auch noch gleich Gras hinkommt durch die Bepflanzung. Nämlich durch diese Pflanzen mache ich, glaube ich, mal so ein paar bunte Blumen rein. Okay. Ruhig ein bisschen freundlicher dann aussehen. Ihr seht schon, jetzt kommt nochmal ganz viel Grün hier rein. Dann sieht man das andere schon fast gar nicht mehr. Ah, das ist doch super hier. Das ist wirklich super. Das sieht doch toll aus. Sehr schön. So, das Gehege ist jetzt soweit fertig gestaltet. Ich glaube, ich mache hier vorne den Zaun. Logischerweise auch noch ein bisschen höher. Aber auf der Rückseite das Stück. Also das hier. Ach, das geht gar nicht. Ach, weil die Dinos hier im Weg sind. So, die Psittacus landen jetzt wieder hier. Ich habe jetzt alles soweit in Ordnung gebracht. Also wir haben jetzt hier im Hintergrund... Oder auf der Rückseite. Hier vorne habe ich es noch mit dem kleinen Zaun gelassen. Und auf der Rückseite haben wir jetzt den etwas verstärkten Stahlzaun. Damit er auch den anderen Dinosauriern im anderen Gehege hinten dran standhält. Ja, finde ich eigentlich ganz schön optisch. Und ich finde auch cool, was wir für einen Effekt hier hinbekommen haben. Das heißt, wenn man hier reinläuft, kann man nicht nur die Psittacus von ganz nahen sehen. Und die sogar quasi streicheln. Sondern man sieht sogar im Hintergrund dann die nächsten Dinosaurier auch noch. Also das ist richtig cool, wenn man hier reinläuft. Da hat man wirklich einen ganz tollen Ausblick. Und ja, haben wir echt gut hinbekommen, denke ich. So sieht das Ganze übrigens von oben aus. Finde ich auch schon sehr cool. Also bin ich echt zufrieden mit. Es fehlt natürlich noch die ein oder andere Deko. Hier vorne fehlt noch Deko. Da fehlt noch Deko. Hier fehlt das noch so ein bisschen. Das sind aber alles so die Feinheiten. Wir wollen natürlich jetzt erstmal die grobe Planung so ein bisschen weitermachen. Die Feinheiten werden alle ein bisschen später kommen. Ich denke mal, ich mache jetzt hier vorne auch wieder... Oder ich versuche zumindest hier vorne einen Mitarbeiterweg wieder hinzubekommen, der dann zu dem Tor führt. Das wird gar nicht mehr so einfach hier mit den Reihenrastpunkten sich gerade. Hier dann so abgerundet einfach hin. Da können dann die Mitarbeiter langfahren. So, das ist doch perfekt. Sehr schön. Sieht doch super aus. Hier hinten müssen wir jetzt als nächstes noch die Station platzieren. Und ich glaube, dann lassen wir gleich schon die Dinos frei. Weil dann haben wir eigentlich den groben Bereich hier schon fertig. Weil viel mehr Gebäude will ich hier gar nicht hin platzieren. Ich weiß nicht, ob hier noch ein Gebäude hin kann. Ich glaube eher nicht. Also ich glaube, das werden wir eher sein lassen. Und das dann auf die anderen Flächen verteilen, wo wir noch Platz haben zum Bauen. So, jetzt müssen wir natürlich hier noch um die Kurve so ein bisschen kommen. Also geht das sogar. All right. Das ist doch nicht schlecht. Vielleicht können wir hier hinterher auch noch so ein bisschen Deko packen. Vielleicht mal so einen anderen umgefallenen Baumstern. Den haben wir ja vorhin gar nicht verwendet. Einfach, dass wir hier so ein bisschen Abwechslung reinkriegen. Vielleicht kann man den auch so ein bisschen überragend machen. Ich glaube, ich mache den in der Drehung so. Das ist doch eigentlich ganz cool. Dann wird hier später nämlich auch noch der Weg abgehen. Ich weiß nicht, ob wir da auch so einen großen Weg machen. Ich denke mal schon. Auch so ein bisschen ein Hauptweg. Machen wir den einfach so stumpf. So einfach. Oder machen wir noch was dazwischen? Das weiß ich noch nicht. Ich glaube, das werde ich auch in dieser Folge erstmal nicht mehr machen. Machen wir in der nächsten Folge. Überlege ich mir dann was. Weil es ist jetzt auch schon ein bisschen spät. Und ich will natürlich, dass die Folge pünktlich für euch kommt, damit ihr nicht allzu lange warten müsst. Ja, wir kümmern uns jetzt mal um die Dinos. Also ich glaube, das geht wirklich schon in eine sehr gute Richtung. Und wir haben ja auch das nächste Gehege fertig. Und die nächsten Dinosaurier sind jetzt bereit, in ihr Gehege einzuziehen. Und welche das sind, das seht ihr jetzt. Der erste neue Bewohner für unseren Park ist der Dinosaurus. Habe ich so vorher noch nie gehört. Aber ich finde, der sieht sehr cool aus. Gott, was ist denn mit den Armen los? Ich habe mir die Mod vorher nicht angeguckt. Die sehen ja komisch aus. Soll das so? Hände, die sehen richtig komisch aus. Schaut mal. Was ist denn da los? Ich glaube, das soll so. Okay, ich glaube, das gehört echt so. Das ist ja interessant. Was ist das denn hier für ein Finger? Habe ich wirklich noch nie gehört. Sieht dem Mutabura aber sehr ähnlich, tatsächlich. Er wurde natürlich auch für den Mutabura eingefügt. Aber ich finde die Färbung sehr cool. Und deswegen dachte ich mir, probieren wir diese Mod mal aus. Und ich bin eigentlich auch sehr zufrieden damit. Sieht auch ganz nice aus. Können wir auf jeden Fall machen. Sehr interessant mit der roten Farbe. Der Dinosaurus. Ja, der sieht cool aus. Also wirklich sehr interessante Arme, die er hat. Drei Stück machen wir davon. Alle in verschiedenen Farben. Mal sehen, wie die alle so aussehen. Oh, auch schön. Wow, das sind echt tolle Regenbogenfarben. Diese Arme. Oder Hände. Aber auch wirklich schön. Ist jetzt so türkis, würde ich sagen. Grün, türkis. Richtig cool. Tolle Färbung. Und der letzte, den lassen wir auch noch frei. Waldland. Wahrscheinlich grün. Ja, der ist nicht so knallig, aber trotzdem sehr schön. Sehr schön getarnt. Sieht so ein bisschen natürlicher aus. Okay. Wunderbar. Damit haben wir unsere ersten drei neuen Bewohner. Schreibt mal in die Kommentare, wie ihr die findet. Ich bin eigentlich ganz zufrieden mit denen. Nur diese Vorderfüße, da kann ich mich irgendwie noch nicht so dran gewöhnen. Ich weiß auch nicht, ob das wirklich so sein soll. Aber eigentlich glaube ich schon. Ja, nicht schlecht. Aber wir kriegen noch vier weitere Bewohner. Und das sind vier Pachycephalosaurus. Natürlich auch gemodelt, dass die anders aussehen. Auch sehr interessant. Coole Färbung. Passt auf jeden Fall sehr gut zu den Jinsosaurus. Sieht wirklich cool aus, ne? Tolle Färbung. Und einen haben wir noch mal in einer anderen Farbe. Schauen wir mal, wie der aussieht. Die anderen beiden lasse ich dann so frei. Und dann zeige ich euch das Ganze noch mal, wenn sie dann in ihrem Zuhause angekommen sind. Oh, der sieht auch cool aus. Mehr so braun-beige. Und damit haben wir dann gleich sieben neue Bewohner, die in das neue Gehege einziehen. Und ja, ich würde sagen, ich bringe sie erst mal rüber und dann schauen wir uns das mal an. Und schon sind sie in ihrem neuen Zuhause angekommen. Ich hoffe, sie fühlen sich ja wohl. Und ich hoffe, es gefällt ihnen. Also mir gefällt es auf jeden Fall. Ich finde, wir haben hier ganz gute Arbeit geleistet. Und falls ihr das auch findet, dann würde ich mich sehr über ein Like freuen. Oder über einen netten Kommentar. Und wenn ihr gute Namensvorschläge habt für diese sieben neuen Dinosaurier, dann könnt ihr sie auch gerne unten in die Kommentare schreiben. Und mit etwas Glück verewigt ihr euch dann hier in meinem Parkbauprojekt. Das soll es jetzt aber schon mit der heutigen Folge gewesen sein. Falls ihr mehr sehen wollt, könnt ihr gerne auch den Kanal abonnieren. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Bleibt gesund. Euer Dandie.